Applaus 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 War das nicht eine Augenweide? War das nicht schön? Applaus 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 So viele tolle Kostüme hier tanzen zu sehen. Applaus Zum Abschluss wollen wir euch ein physikalisches Ständchen aufbringen. Mein Prinz war zu Dank die Strophe. Applaus 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 Und wenn es kommt, da geht es um die Welt, wir fahren den Schlamm. Und es ist doch schrecklich, du sagst ne Plan, nur in dem Rhythmus die ganze Nacht. Guck kein Prinzessin und nicht als Prinz, denn kaum mehr an wir zwei doch schön als Prinz. Du erborten, sag, mit ja heller, dass du an mir gehst. Dank, Pastor, Jera, wachtig, Farbeke, als wir nicht sehen. An Tage genießen, sehen wir ganz jettelnd vorn. Die Fastnacht genießen, da schnell das ganze Dorf an vorn. Seien wir ganz jettelnd vorn. Und da auch zum Dach, es fassen wir alle. Da gehen wir an, zusammen auf Roten. Durch uns Straßen, durch uns Garten. Da haben wir Spaß und Freude und Stimmung nur. Hört los nach aller, da ist der Knaller. Da wärme da nicht. Und da ist der Knaller. Du bist Aschermetron. Da gibt es mehr, wenn wir mal nicht schlafen. Die Fastnacht genießen, da schnell das ganze Dorf an vorn. Da oben haben wir. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Liebe Claudia, lieber Norbert, für euer Engagement wollen wir uns nun bedanken und wünschen auch euch als Erinnerung an eure Legentschaft ein kleines Präsent überreichen. Untertitelung. BR 2018 Auf unser Prinzenpaar, Prinz Norbert I., wo die Kallischer Präses in Vorruhe stand und seine Lieblichkeit, Prinzessin Claudia I., zaubert den damit ein reines Gewand, ein dreifach dollenes Incha, Ella, U. Prinzenpaar, Ava. Auf einen krachtvollen Hochschlag auf die Europäischen Stehe. Ein jeder von Ihnen trägt ein tolles Gewand, natürlich gemacht worden ist, dass sie Claudias haben. Aber nicht nur du hast die Schwung, Nagel und Fahne geholfen haben, auch Kina Schlaf und Cornelia Draht. Und nun verabschieden wir uns nun den ganzen Tag mit einem Ausgang. Wenn wir uns nun den ganzen Tag mit einem Ausgang haben, huppest du drei? Einander, den ganzen Tag mit einem den ganzen Tag mit einem Adolf, wie compress das kämpfeste Hand. Das wär so schön, um da zu sein. Das wär so wunderschön, das wär so wunderschön, das wär so schön, um da zu sein. Das wär so wunderschön, das wär so wunderschön, das wär so wunderschön, um da zu sein. Prinz Norbert, der erste musikalische Präsent im Chorruhe startet. Er ist der Grund, warum ich habe das Mikrofon in der Hand. Im letzten Jahr hatte er es bereits angekündigt. Wer soll es für's machen? Wo werden wir fündig? Der Norbert sagte, ich sag mal den Jens, das wär gar nicht dumm. Drum bin ich in diesem Jahr euer Pipp, der Präsident im Praktikum. Ich werde versuchen, in seinem Sinne das Programm zu moderieren. Aber glaubt ihr, ich werde ihn bestimmt nicht kopieren. Da mit dem Elberrad nun muss kein Stuhl bleiben leer, dachten wir, wir holen den Christian Schillen aus LRUC her. Er wird den Schritt hier oben weiter drücken. Und die Mädels im Saal, wird auch er verzücken. Und zum Einstarten für ihn gibt's auch die Schwelle, unsere erste Elberrad-Swelle. So, nun wollen wir das Programm überhalten. Er macht Musik für sein Leben gern, doch heute bleibt er seiner Besten mal fern. Als Stoffnuss wird er nun die Bühne rocken, da bleibt mit Sicherheit kein Auge trocken. Einmal fitterl. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF 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 ZDF